Hallo und Herzlich Willkommen hier wieder zurück zu Far Cry Primal mit mir dem Ingo Viva und wir hatten beim letzten Mal eine Mission schon angenommen und da muss ich jetzt hin. Scheiße. Aber wir reisen einfach mal mit schnell reisen. So. Wo ist er denn? 400 noch was Meter entfernt. Der gutste. Irgendwie die wollen den ertränken oder irgendwie so. Jetzt müssen wir dem erstmal helfen. Vielleicht gewinnt er dann unser Vertrauen dadurch. Und äh... Jo. Ich hab euch. Wo ist denn der andere? So. Holzfall wieder eingesammelt. Sehr schön. Wieder das? Ah ne. Ist wieder was anderes. Ninja! Hallo. Wer bist denn du? Bist du? Nein. Willst du nicht... Bitteschön. Ich wollte dir nur helfen. So. Wo müssen wir denn jetzt lang? Es ist so scheiße mit den Wegen hier suchen. Ja theoretisch muss ich dem vielleicht dem welche folgen. Dann mach ich das auch mal. Wie komm ich eigentlich an den Dinger dran? Ah. So kommt man da dran. Hallo, hallo, hallo. Nicht weiter rollen. Nein. Öff. Okay. Ich dachte, ich könnte jetzt hier ein bisschen was holen, ey. So. Da unten geht der Weg lang, ne? Muss ich da wirklich lang laufen? Ja, ich muss da lang laufen. Ich muss hier runter. Einmal bitte rutschen. Gute oder böse? Das sieht gut aus. Ihr könnt ja auch nicht böse sein. Wem wollt ihr denn böse sein hier? So. Auch noch einsammeln. Holz ist immer ganz wichtig, weil durch das Holz, klar, mache ich mir Pfeile und solche Sachen. Ach, hier bin ich jetzt. Okay, dann gehe ich mal da noch weiter lang. Weil die sollen den nicht ertränken. Ich habe ihn doch extra gefangen genommen. Weil ich will ja auch was von ihm. Ich weiß zwar nicht hundertprozentig was, aber ich will was von ihm. Alter, wie weit. Lass mal das Ganze hochlaufen und dann... Also... Also ich wäre schon aus der Pustung. Wenn ja willkommen. Ja. Hey! Hi! Hey! Hi! Hey! wohu! Wgov. Woga. Da. Ja. Na. drop. Wvwada, Naika. Uh Chabana! Wie soll ich das denn machen? Blockiere Wasserflex. Wie soll ich... Okay. Ach, hier sind auch so Viecher drin. Alter, ist er so scheiße. Das Problem ist... Na gut, wir müssen ja drunter. Wasser steigt immer mehr. Wie komme ich denn da oben dran? Yo, ist klar. Okay, jetzt aber schnell nach unten. Uh, Wassertiefe. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ja, okay, ist so müde. Keine Ahnung warum. Also auch nochmal platzieren. Jetzt wieder nach oben. Schnell, sprich mit da. Okay, jetzt muss ich erstmal hier... ...wieder... ...rauskommen. Da, mein Freund. Ist er mir gut... ...gutgesinnt? ...gutgesinnt? Haha. Geil. Dankeschön. Ich habe ihn wieder gerettet. Wenn ihr retten, immer go. So, jetzt können wir auch das machen, was ich beim letzten Mal gesagt habe, was wir eigentlich machen wollten. Und zwar, wir reisen nochmal zurück ins Dörfle, weil wir wollen gerne unsere Hütte, die letzte Stufe ausbauen. Bei den anderen ist es noch ein bisschen schwieriger, das Ganze, das zu machen, weil wir brauchen hierfür Dachsfälle. Und jetzt gucke ich mal ganz kurz auf die Karte. Dachs, Dachs, Dachs. Wie sehen Dachse nochmal aus? Dachs, Dachs, Dachs. Das sind Rothunde. Dachs, 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 Dachs. Kann natürlich auch sein, dass wir noch keine Dachse entdeckt haben. In dem Gebiet hier, dass sie zumindest hier nicht auftauchen. Da sind Dachse. Nein. So, das komische ist, äh, ich mache jetzt keine Mission. Ich will jetzt da hin. Also, werden wir mal ganz kurz eine Snellreise machen. Wo waren sie? Da sind die Dachse. Ich glaube, dann wäre es besser, wenn wir hier die Snellreise hin machen. Und ein paar Dachse noch fangen. Es war schwierig, die Viecher zu fangen, weil die sind ziemlich klein. Also, ich muss da am besten dann mit dem Dings schießen. Ach, jetzt wird es dunkel. Also, kann ich auch gleich hierbleiben und kurz schlafen. Da ist es wenigstens dann wieder hell. Akzeptieren, bitte. Wir legen uns hin. Wir schlafen noch. So, und los geht's. Auf ins Abenteuer der Dachse. Ja, ja, ja. Keine Zeit. Puh! Scheiße! Oh. Das war nicht so toll. Krokodili irgendwo im Weg? Nö, glaube ich nicht. Oder? Was denn? Fuck ich, das ist wie ein Dachse. Da hätten wir zumindest schon mal den ersten gehabt. Wir brauchen aber drei Stück noch. Ihr jagt ja in meinem Gebiet. Das hätte ich echt immer versuchen, habe ich jetzt gegen den Baum geschossen gerade. Ich glaube schon. Dass sie immer versuchen, wieder in meinem Gebiet zu jagen, ey. Was fällt denn überhaupt ein, ey? Äh. Alle Tessen im Schrank hier. Wer jagt, das bestimme ich nochmal hier. Ich bin der... Ich bin der... Das müsste doch hier sein. Unter mir irgendwo eine Höhle vielleicht oder so. Wer weiß das? Okay. Und hier müssten Dachse sein. Jetzt finden wir erstmal welche. Ist gar nicht so einfach. Alles Ziegen. Dachs, Dachs, Dachs. Wo steckst du nur? Dachs, Dachs, Dachs. Ich brauch dich. Alles Ziegen wieder nur. Das ist echt schwierig, diese Viecher zu sammeln. Da unten ist ein Luchs, glaube ich. Das ist auf jeden Fall kein Dachs. Hier ist noch sowas. Ich möchte jetzt auch eigentlich nicht zu weit laufen. Muss ganz ehrlich sein. Wir gehen mal einfach mal hier hoch. Mal gucken. Sieht ziemlich grün aus, die ganze Fläche. Aber es ist ja sowieso meistens so, dass dann, wenn man was sucht, findet man es nicht. Ja, ich gehe mal da hoch. Da ist irgendwo eins. Ich habe es genau gehört. Hört ihr es auch? Dachs. Aber irgendwo ist hier einer. Das ist scheiße schwierig hier zu finden. Die waren nur diese Fick-Ziegen immer hier, ey. Ich mache mir mal ein bisschen Stein mit. Das könnte jetzt mehr als schwierig werden. Ich könnte eine Schlange häuten. Ein Rabe. Wir müssen genau hinhören. Das sind wieder nur so komische Viecher. Ach, Mann, oh. Ist hier ein Dachs drin. In dieser Feuerstein wieder nur. Vielleicht hier irgendwie Dachsfell drin? Mal gucken. Nö. Wieso? Ach. Wieso sollte denn hier Dachs sein? Scheiße. Scheiße. Oh, das wäre so nice. Jetzt blüte den Motherfucker. Der Spur folge ich natürlich jetzt. Komm, 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 komm. Wo bist du? Oh, guck mal, ein Elch. Ist doch auch nice. Wird schon bestimmt wieder ganz vom Weg ab. Ich brauche den Scheiß. Ah, warte mal. Wo gibt es das für mal hier? Fütet sich nicht vor Feuer. Dachsfell. Benötigt Bestien, Meisterfächer. Ach so. Könnte ich zähmen. Ich möchte aber nicht zähmen. Ich möchte einfach noch finden. Ich möchte diesen Scheiß-Vogel einfach noch haben. Den möchte ich gar nicht haben, ey. So, kurz hier wieder auffüllen. Zack. Oder wenigstens einen Dachs. Weißt du, das wäre ja auch schon mal gut. Aber was kann ich eigentlich mit dem hier machen? Ey, ich habe dich doch gerade getötet. Okay, ist wieder weiter unten. Ich finde, glaube ich, keine. Ganz ehrlich. Ja, komm, geht auf die Seite. Auf Seite! Vorhin war da auf jeden Fall einer. Ein Dachs. Dann habe ich genau gesehen. Ich gehe mal kurz zu meinem Freund dahin. Ich gehe mal kurz zu meinem Freund dahin hin. Ich will, was entdeckt hier? Cool. Ich will doch nur einen Dachs. Höhlenlöwe. Oh. Gut. Ziehlein. Wir können dich auch noch mal häuten. Aber ich will eigentlich. Guck mal. Boah, Alter. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Alter. Hammer. Das ist pervers, ey. Aber gut, das geht, äh, klappt aber wirklich. Habe ich mal gehört, zumindest. Dass, ähm, Adler oder andere Vögel können wirklich, ähm, Dings gut, äh, wirklich so Dings greifen hier. Was heißt, ich gehe jetzt noch mal nach oben. Das ist echt ein bisschen zu doof. Überall nur Dings. Den würde ich aber gerne haben, da. Der müsste eigentlich gleich mal umkippen. Vor Blutung. Geil. Stellt euch nicht an. Alter, wie weit der wegläuft. Da ist er umgekippt. Ha, 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 ha. Ich glaube, ich finde keinen. Also, einen Dax zu finden, äh, das ist, weißt du, so ein Fifi, finde ich. Aber so einen hier, einen Dax, den finde ich einfach nicht. Ich, ich weiß nicht, woran es liegt. Gibt es denn noch irgendwo anders noch Dachse? Wo ich gucken könnte, warte mal, erstmal wieder Tiere anzeigen. Da. Dax, 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 Dax. Nö. Überall die komischen Hunde nur. Das, was ich aber brauche. Ach, das ist einfach wie Wohlnashohen. Nicht schlecht. Ähm. Jetzt wirklich nur dieses bödes Scheißtier, ey. Ah, wir gehen jetzt noch einmal noch dahin. Ohne Spaß, einmal gehen wir noch hin. In dieser Folge. Tut mir echt leid, dass es echt nicht geklappt hat. Aber. Was soll ich machen? Wenn es nicht gezeigt wird. Dann ist es halt so. Ich habe ein paar Federn. Cool. Hallo, Kleiner. Ich gehe jetzt noch einmal nach da oben. Da oben bei das Grüne. Und da werde ich mir jetzt mal anschauen, ganz kurz. Weil hier ist, glaube ich, nichts. Dann gehen wir mal nach oben. Ach, ärgerlich. Das finde ich echt scheiße. Das ist ja echt kein Dachs. Oder sind das Nachtviecher? Die wirklich nur bei Nacht agieren. Ne, da hoch wollte ich nochmal, ne? Na gut, hier kommen wir wieder nicht hoch. Warum auch? Da war die Schlange hier. Warte. Wo ist sie? Das ist nicht da. Schlange ist nicht da. Aber ich habe, wie gesagt, eingehört. Das ist halt natürlich schwierig. Wenn ich das gleich nochmal einhöre, mache ich es nicht an und gucke mich an. Also, was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid, ey? Jetzt komm. Scheiß Fell auf. Ich will das Fell haben. Oh, geht nicht. Guck, da ist es. Hier ist doch irgendwo ein Dachs. Da. 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 Alter. Puh. Der hat mich aber echt gut. Oh, da mache ich keines. Irgendwas. Da ist ein Bausymbol. Handwerk. Oh, dann können wir den Köcher. Äh. Ne, ne? Zwei Dachs fällt. Ich brauche jetzt noch mehr. Fuck off, ey. Jetzt habe ich bestimmt den letzten Dachs, der hier rumlief, bestimmt getötet. Ne? Oh, das ist schon viel über unsere Zeit eigentlich. Ich glaube, da sind scheiß Dachs noch. Gut, vielleicht spawnen die auch immer. Muss ich erst weggehen? Äh, vielleicht spawnen die auch halt immer unterschiedlich irgendwie. Sollen wir die Sicht machen? Da unten ist nur so ein Pilz. Da laufen noch ein paar Hühner rum. Auch das wieder. Guck, das ist es. Ich habe immer das Gefühl, dass er die wieder neu spawnen müssen. Dass ich also weggehen muss. Und dann komme ich wieder. Und dann ist wieder einer da. Das könnte, glaube ich, wirklich sein. Wir müssen nur sowas. Naja. Gut, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen bei Fagra Primal. Und beim nächsten Mal, wie gesagt, gut, Dachs werden wir jetzt eher nicht machen. Ich denke mal, wir werden dann vielleicht ein paar Sachen oder halt Missionen machen. Aber wie gesagt, das beim nächsten Mal mit mir, Ingo Viva. Bis dann. Tschüss.